Versprochen ist, versprochen für euch, für euch alle, aus meinem Sonntag, aus dem Rest des Sonntags, 26. Mai 2024, Bertolt Brecht. Zum vierten Male teilst du mir mit, dass du alle Brücken hinter dir verbrannt hast, alle Briefe vernichtet, alle Behauptungen zurückgenommen hast, dich in einem Taumel des Neuen befindest und diesmal endgültig. Lieber hätte ich von dir gehört, du seist Neuem auf der Spur, brauchtest aber Zeit, seist gut gelaunt, freust dich deiner guten Beziehungen. Denn so sehe ich dich nur bald wieder am Bau neuer Brücken, sammeln von Briefen und aufstellen von Behauptungen, Müdigkeit des Alten und wieder nicht endgültig. Aus einem wirklich sehr besonderen Buch, das muss ich euch mal zeigen, da gibt es nicht viele Exemplare davon. Ein Gedicht über das Sammeln von Büchern hat Brecht, glaube ich, nicht geschrieben. Macht's gut, bis morgen.